4, 3, 2, 1, 0 So yo hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute mal wieder ein neues Live-Kommentary Ja, mein teammate hüpft einfach wie Bugs Bunny Wie man so schön sagt Alter Falter Mein Gott, den hätte ich auch holen können Kein Scheiß Ich hüpfe natürlich auch rum Das war wieder mal richtig scheiße, was ich da veranstaltet habe Kein Ladung schaue Laat uns hier So, auf die Weine. Turn-On, Mann. Meine Güte, Alter. Ich konzentriere mich so hart und dann kommt sowas dabei raus. Ich habe schon völlig vergessen, dass ich aufnehme, Mann. Nice. Den Holmer. Nice. Der kommt wieder. Nice. Der wollte nicht mehr kommen. Ich wünsche mir in solchen Situationen echt die AN mit Magazinerweiterung. Aber ich will den Schaltempfer auch. Das Problem. Kommt in Snagma. Den haben wir auch. Nice. Haben wir auch. Haben wir auch. Ja, Mann. Haben wir nicht. Haben wir wieder nicht, Alter. Ich kriege gleich die Krise. Oh, shit, Alter. Ich habe den verwechselt mit dem anderen Typ, der schon tot war. Hinter ihm. Ja, Mann. Bombe. Bombe. Nice. Alter. Mein Gott. Teammate. Ist auch zu blöd zum scheißen. Kein Witz, Mann. Was geht hier ab? Ich will die ein. Ah, fuck. Schon aus. Die Gunde. Aber was soll's, Mann. 28... Ne, 27 Kills. Kann man noch lassen. Also... Mal schauen, was jetzt hier noch abgeht. Der Last Kiff war auf jeden Fall richtig nice. Muss ich schon sagen. Aber nee. Nee. Sorry. Aber. Komm, let's go, Mann. Ich will jetzt Hundeschwarm noch. Ich weiß, das ist hier echt rumgeballert vom Feinsten wieder. Oh, den wollte ich gar nicht holen. Die wollte er doch werfen. Aber. Nice, nice, nice. Fuck. Fucking shit, Mann. Holy moly. Alter, kurz vor Orbi. Eins vor. Jawoll. Oh, wie ist es fresh am Start? Alter, komm schon. Was? Leute, nein. Es laggt halt einfach mal und ich komm nicht mehr klar. Mit meinem Leben. Alter. Ey, ich hasse es. EMP Nate. Schlimmste, was es gibt. Kein Scheiß. Alter, komm schon. Wo sind die Zipfel? Ich weiß nicht. Der Zipfel ist ohne. Nee. Die Bombe auf den Platz. Ich wollte schon gerade sagen, wie viel Lack habe ich eigentlich, aber dann war es doch nicht der Fall. Geiler Scheiß, oder? Komm schon. War mir klar. Nice. Alter, gib mir Klette, Mann! Und ich renne natürlich zu meinem Teammaten, und er stirbt auch noch. Beste Taktik, die es gibt natürlich. Der mit der Pumpe regt der mal derpst auf, auch. 100er Prezi am Start. Oh mein Gott. Ey, sowas Minderwertiges. Ich hasse es, Mann. Komm, Swetten, Orbi. Come on. Nice. Oh, shit. Alter, zum Glück bin ich nicht runtergesprungen. Sonst hätte ich natürlich wie immer. Alter! Nein, Mann! Ich krieg die Krise, Mann! Okay. Probier mal an. Vielleicht geht da mehr. Auf jeden Fall platzieren wir die Bombe jetzt einfach nicht, dass... wird es... Mann-O-Meter! Ja, soviel zum Thema. Wir platzieren die Bombe jetzt einfach nicht. Finde ich wirklich nice. Come on, Mann! Die gute alte Kugelwäsche. 60, 14, Mann. Was ist das? Der Teammate blickt auch nicht und dreht sich auch nicht um, aber ich habe mich natürlich umgedreht, aber vergeckt sind wir natürlich. Ja, YOLO. Jawohl, die haben ja... Nice. Alter, Mann! Nein, sie platzieren wieder. Komm, bitte nicht. Ich feier's, wenn die nicht hochgeht, Mann. Mann! Alter! Bombe online, Bombe offline, Bombe online, Bombe online, Bombe online, ey! Bombe offline, keine Ahnung. Was geht da ab, Mann? What's going on? Jetzt kommt der wieder, ey! Das ist so kritisch. Kritischer Hase, wie man so sagt. Geiler Shit, Mann. Natürlich, natürlich, Mann! Ich habe halt auch noch den Bombenentschärfer getötet mit meinem C4. 74,19, Mann. Ging gut ab, Mann. Ging gut ab, Mann! Ja, ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. 74 Kills waren drin. Hätte ich Hundeschwaben erreicht, Alter. Ich bin so dumm. Aber, ich werde noch ein paar Mal sweaten. Denn, äh, nächste Woche habe ich noch eine Chemie-Schulaufgabe. Und dann kann ich richtig loslegen. Also, Leute, haut's rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!